Geiler Selbstmord, ey. Mit dem Bauchplatscher in die Lava. Schleim und keine Lava. Da steht Lava. Kein Plan von nix hier, da steht Schleim. Und im Text stand, im Kommen der Lava. Kommen dem Schleim. Früher war es Lava, als das Spiel neu rausgekommen ist. Der Boden ist Lava. Nein, auf der Autobahn, die rechte Spur ist Lava. Wenn die Autobahn leer ist, kannst du auf der rechten Spur, aber mit 240 fahren und auf der linken 120 fahren. Ob er der Meinung ist, der müsste auf der Überholspur 120 fahren. Ja, natürlich. Und der wechselt nicht. Der geht da nicht weg. Nö. Nö. Soll schon los. Er wieder alt, ey. 4. Ja. Was ist denn jetzt hier? Bombusleitung. Die Hälfte der Leute hat schon wieder gedieft. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. damit dir keiner auf den Piss gehen kann. Aber sagen ist immer einfach. Selber machen ist vielleicht gar nicht schön. Nein! Die Mathe ist zum zugucken dabei. Naja. Das ist doch schon gewohnt. Ach du Schase. Duschen gehen hat sich bei mir gerade nicht gelohnt. Bei mir ist alles kalt in der Wohnung. Echt? Sei froh, Alter. Bei mir sind unendlich gerade. War gerade duschen, war trocken. Komm hier hoch, Alter. Und schwitze mich gerade wieder kaputt. Das ist so geil. Ja. Männerschweiß. Testosteron. Geil. 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 Ach Mann, ey. Ey, geht's nicht. Geil. Piss dich. Äh, sucht euch nen eigenen Hüpfball. Piss dich. Piss dich. Homo. Äh. Ja, das war gut. Noch fünf Plätze. Vier. Drei. Naaah. Nassch hab ich nicht mehr. Nassch hab ich nicht mehr. Ach, können wir damit mitspielen. Cool. Muss aber was Positives aussehen. Warten Sie, warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie.